Hallo meine Wundervollen, die guten Nachrichten zuerst. Ich habe jemanden gefunden, der mir meine Dreads bleichen wird. Und zwar mache ich das heute. Und ja, ich nehme die Kamera mit. Und ja, ich filme. Und ja, ich werde ein Video dazu machen. Aber es wird auf Englisch sein. Ich hoffe, ihr kommt klar damit. Ich vertraue darauf, dass ihr einfach klar damit kommt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Video, was ich machen wollte. Auch über Dreads. Und zwar Vorurteile. Die Klassiker, die kennen wir ja alle. Dreads stinken. Dreads sind unsauber. Leute, die Dreads haben, sind deswegen auch unsauber. Und die Haare stinken und sind dreckig innen drin. Und da wohnen kleine Tiere drin. Und ja, überhaupt, alles ist total eklig, wenn man Dreads hat. Aber was denken eigentlich Leute mit Dreads über andere Leute mit Dreads? Dreads. Ich kann jetzt natürlich nicht hier für alle Menschen mit Dreads sprechen. Das wäre ja totaler Humbug. Ich spreche natürlich für mich selbst. Ihr erfahrt jetzt, welche Vorurteile ich habe, wenn ich jemanden mit Dreads kennenlerne. Mein allererster Gedanke ist tatsächlich immer, diese Person ist vegan. Absolut. Diese Person hat Dreads, diese Person ist vegan. Ich weiß, es ist totaler Quatsch. Aber das ist das allererste, was ich denke. Mein zweiter Gedanke ist dann meistens, dass die Person mit den Dreads total glücklich ist. Und auch total stolz darauf ist, Dreads zu haben und Dreads zu tragen. Mein Vorurteil Nummer drei wäre dann wohl, dass ich auch annehme, dass diese Person raucht und Yoga macht und meditiert und natürlich eine super entspannte Person ist den ganzen Tag und immer lacht. Ja, so geht es mir, wenn ich jemanden mit Dreads sehe. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, was ihr so für Annahmen habt über Leute mit Dreads. Mal davon abgesehen, dass sie stinken und kiffen. Schreibt es mir in die Kommentare und wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefühle es dir nicht, sag es bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. ушi. печ買at. Vi uitges. Tschüss. Mski. Tvärk. Tschüss. Tiar 봐. Trät. Tizza. Dipper. tun. To Speaker. und lassen. Vielen Dank.